Musik Musikanten, die spielen mit einem neuen, verstehenden Sprachen von Musik, seid ihr kennenzulernen, in weißen Überzeugungen, wo sie haben gehört. Musikanten, die keinen neuen Spiel, wo sie gelandet von Papier, fehlt da etwas in dem Verstand von Musik. Von mir ist Musik eine sehr tiefe Verbindung zwischen mir und der Welt. Ich höre bei sehr tief darin. Aber keine Ahnung, höre ich mit welchen Klangen es beinigt sich. Ich höre, wo sie sucht. Es ist für mich sehr modern gewesen, zu treffen, also du Musikanten, wo sie keine nur spielen, wo sie es für sie aufgeschrieben und sie hören nicht, wo sie die Musik sucht bei uns. Bei unserem Leben ist das auch besser, weil ins Erwarten von unseren Musikanten bei Simchers sie spielen von Herz und nicht nur aufzulein auf dem Papier. Sie lieb dem, und sie lieb dem, weil ins Lernen in der Schaus kann musikalische Notatien für unsere Kinder haben uns gerade eine Sachgitter-Eugen bei uns in Kehle. Wenn ich lerne aus Musik, habe ich auch mit den Eugen. Nur nach dem, ob man will, weiß ich, wie er soll sich zu benutzen mit Notatien. Aber das kann nicht kommen an Stutt der Eugen. Weil unter Eugen ist mein Kehl ja ein bisschen teub zu der Sprache von Musik. Das ist ein Kurs für Musikanten, die spielen, aber keine in den Schafraubenden gehen in der Eugen. Das ist ein Kurs, wie man lernt, wie er soll, das zu entwickeln. 3 5 3 7 9 10 9